Heute lade ich Sie ein, sich auf eine aufregende Reise zum Wunder am Jordanfluss zu begeben. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie die Wasser dieses Flusses nicht nur die Vergangenheit von der Zukunft für die Israeliten trennten, sondern auch im Laufe der Geschichte beeindruckende Wunder offenbarten. Wussten Sie, dass der Jordanfluss nicht nur ein gewöhnliches Gewässer ist? Von der epischen Überquerung des Volkes Israel bis hin zur erstaunlichen Heilung von Namen ist dieser Fluss ein Zeugnis für die Treue und Macht Gottes. Lassen Sie uns entdecken, was diesen Fluss so besonders macht, in die Geschichten der Wunder eintauchen und den heiligen Ort erkunden, an dem Jesus getauft wurde. Und es gibt noch mehr. In letzter Zeit wurden große Anstrengungen unternommen, um diesen Ort für uns alle zugänglich und sicher zu machen und dabei die Erinnerung an diese historischen Ereignisse zu bewahren. Also bereiten Sie sich auf eine Reise durch Zeit und Raum vor, wo Glaube und Geschichte aufeinandertreffen. Wir befinden uns in der Wüste Judäas, an einem Ort namens Kassr al-Jahud. In dieser weiten und kargen Landschaft entfaltet sich die Geschichte wie ein göttlicher Wandteppich, bei dem jeder Faden mit Gottes Verheißung verwoben ist. Stellen Sie sich die Szene vor. Das Volk Israel, nach 40 Jahren der Wanderschaft in der Wüste, steht am Ufer des Jordanflusses, bereit, das gelobte Land zu betreten. Sie sind nicht nur Reisende, sondern Überlebende einer epischen Reise, geprägt von Herausforderungen und Wundern. Unter der Führung von Joshua, dem Nachfolger Moses, sind die zwölf Stämme Israels erschöpft, aber voller Hoffnung. Sie haben ein Nomadenleben geführt, dem sengenden Tageshitze und der beißenden Kälte der Nacht getrotzt. Vier Jahrzehnte lang waren sie völlig auf Gott angewiesen, der sie mit Manna vom Himmel ernährte und ihnen Wasser aus Felsen gab. Nun stehen sie endlich vor dem Land, das Gott ihren Vorfahren versprochen hat, einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Als sie sich dem Jordan nähern, ist die Aufregung spürbar. Männer, Frauen und Kinder versammeln sich und betrachten das Land jenseits des Flusses. Die Luft ist erfüllt von Erwartung und Ehrfurcht. Joshua, dessen Herz vor Glauben und Entschlossenheit brennt, gibt Anweisungen. Er erinnert das Volk daran, dass Gott sein Versprechen erfüllt und sie mit Mut und Vertrauen voranschreiten sollen. Der Jordan ist über die Ufer getreten. Die reißenden Wasser stellen das letzte Hindernis dar, bevor sie das lang ersehnte Land erreichen. In diesem entscheidenden Moment erhält Joshua eine göttliche Anweisung. Er weist die Priester an, die Bundeslade zu tragen und in den Fluss zu gehen. Die Lade, Symbol der Gegenwart Gottes, wird mit großer Sorgfalt und Ehrfurcht getragen. Als die Füße der Priester das Wasser des Jordan berühren, geschieht etwas Wunderbares. Das Wasser von oben hört auf zu fließen und bildet eine große Mauer, während das Wasser darunter in das tote Meer abfließt und das Flussbett trocken legt. Das Volk Israel beobachtet erstaunt, wie sich ein trockener Weg vor ihnen öffnet. Es ist, als ob Gott selbst seine Hand ausstrecken würde, um sie zu führen. Die zwölf Stämme beginnen, einer nach dem anderen, die Überquerung. Kinder schauen mit weit aufgerissenen Augen auf die aufgestauten Wasser, während die Älteren mit Tränen der Dankbarkeit in den Augen über den trockenen Flussboden schreiten. Jeder Schritt auf dem trockenen Jordanbett ist ein Zeugnis von Gottes Treue. Es ist ein Moment der Glaubenserneuerung, in dem jeder Israelit die göttliche Gegenwart intensiver spürt als je zuvor. Nachdem das ganze Volk den Fluss überquert hat, befiehlt Joshua, dass ein Vertreter jedes Stammes einen Stein aus dem Flussbett nimmt und auf die andere Seite trägt. Diese Steine werden in Gilgal als Denkmal aufgestellt, damit zukünftige Generationen von dem großen Wunder erfahren, das Gott dort vollbracht hat. Es ist ein ewiges Zeichen dafür, dass Gott treu ist und seine Versprechen hält. Kasr al-Jahud ist nicht nur ein geografischer Punkt. Es ist ein spiritueller Meilenstein, an dem Gottes Verheißungen auf greifbare Weise zu erfüllen begannen. Hier betrat das Volk Israel nicht nur ein neues Land, sondern auch eine neue Ära ihrer Beziehung zu Gott. Das gelobte Land ist mehr als ein Ziel. Es ist ein Symbol für Gottes Treue, ein Ort, an dem seine Verheißungen Wirklichkeit werden. Dies lehrt uns die Bedeutung des Vertrauens in Gott, selbst wenn die Herausforderungen unüberwindbar erscheinen. In den Momenten größter Schwierigkeiten, wenn der Weg unmöglich erscheint, ist es der Glaube, der den Weg zum Unmöglichen öffnet. So wie das Volk Israel den Jordan überquerte, um das gelobte Land zu betreten, sind auch wir aufgerufen, unsere eigenen Jordane zu überqueren, im Vertrauen darauf, dass Gott bei uns ist und uns zur Erfüllung seiner Verheißungen führt. Der Jordan ist mehr als nur ein Wasserlauf. Er ist ein stiller und mächtiger Zeuge vieler bedeutender Ereignisse in der biblischen Geschichte. Mit seinen 251 Kilometern Länge entspringt er in den schneebedeckten Hügeln des Hermongebirges, schlängelt sich durch das Jordantal und mündet ins Tote Meer, den tiefsten Punkt der Erde. Jede Biegung und Strömung dieses Flusses trägt Geschichten von Glauben, Wundern und Übergängen, die das Leben des Volkes Israel geprägt haben. Seit den Zeiten Abrahams ist der Jordan ein bedeutendes Wahrzeichen in der Reise des von Gott erwählten Volkes. Abraham, der Patriarch Israels, überquerte diesen Fluss wahrscheinlich, als er die Stadt Haran verließ und Gottes Anweisung folgend ins Land Kana anzog. Es ist schwer vorstellbar, wie Abraham und seine Familie mit ihren Herden und Zelten diese Wasser überquerten und einer göttlichen Verheißung von einem Land folgten, in dem ihre Nachkommen zu einer großen Nation werden sollten. Jahre später lernten auch Isaac und Jakob, Abrahams Enkel, die Ufer dieses Flusses kennen. Jakob hatte eine besonders transformative Erfahrung, als er in das Land seiner Väter zurückkehrte. Nachdem er die ganze Nacht mit einem göttlichen Wesen gekämpft und den neuen Namen Israel erhalten hatte, überquerte Jakob den Jordan, um seinen Bruder Esau wiederzusehen, gezeichnet von der Erneuerung seines Glaubens und seines Zwecks. Mose, der große Führer und Gesetzgeber Israels, hatte nicht das Privileg, den Jordan zu überqueren, aber er führte das Volk bis an seine Ufer. Während der Jahre in der Wüste lehrte, führte und bereitete Mose die Israeliten auf das Leben im gelobten Land vor. Und dort, an den Ufern des Jordan, übergab er sein Führungsamt an Joshua, im Vertrauen darauf, dass Gott sein Volk weiterhin leiten würde. Der Jordan war auch zu Zeiten der Propheten ein Ort von geistlicher Bedeutung. Dort wurde Elias, der Prophet, in einem Wirbelsturm in den Himmel entrückt, und Elisa, sein Jünger, erbte seinen Mantel und seinen prophetischen Geist. Elisa schlug mit Elias' Mantel auf die Wasser des Jordan, und sie öffneten sich erneut, was die göttliche Macht bestätigte, die nun auf ihm ruhte. Zu Zeiten des Neuen Testaments wurde der Jordan zu einem Symbol für neues Leben und Reinigung, wie bei der Heilung von Namen. In alten Zeiten, im mächtigen Syrien, gab es einen hoch angesehenen Militärkommandanten namens Namen. Er war ein Mann von Wert und Respekt, bewundert für seine Tapferkeit und Führungsstärke in den Schlachten. Doch Naaman trug eine schwere Last. Er litt an Lepra, einer gefürchteten und lähmenden Krankheit, die damals als unheilbar galt und oft zur sozialen Isolation führte. Trotz seiner hohen Stellung war Naamans Krankheit eine ständige Quelle von Leid und Scham. Die Lepra beeinträchtigte nicht nur seine Haut, sondern auch seine Würde und seinen Geist. Verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung hörte Naaman von einem Propheten in Israel namens Elisa, der für große Wunder durch die Macht Gottes bekannt war. Ermutigt von seiner Frau, die von einer jungen israelitischen Dienerin über den Propheten erfahren hatte, entschloss sich Naaman, die Reise nach Israel anzutreten, um Heilung zu suchen. Er bereitete wertvolle Geschenke aus Gold, Silber und feiner Kleidung vor, in der Annahme, dass er die Hilfe des Propheten erkaufen könnte. Mit einem Empfehlungsschreiben des Königs von Syrien reiste Naaman ins Land Israel, voller Hoffnungen und Zweifel. Als er bei Elisas Haus ankam, erwartete Naaman einen großen Empfang und ein beeindruckendes Ritual zu seiner Heilung. Zu seiner Überraschung kam Elisa jedoch nicht einmal persönlich heraus, um ihn zu begrüßen. Stattdessen schickte er einen Boten mit einer einfachen Anweisung, geh und wasche dich siebenmal im Jordan, dann wird dein Fleisch wieder gesund und du wirst rein. Naaman wurde wütend. Er hatte eine großartige Geste erwartet, etwas, das seiner Position würdig war und nicht eine Anweisung, sich in einem gewöhnlichen Fluss zu waschen. Sind nicht die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser Israels, dachte er empört. Er wollte fast nach Hause zurückkehren, doch seine Diener überzeugten ihn, es noch einmal zu überdenken. Mein Vater, sagten sie, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es nicht getan? Um wie viel mehr jetzt, da er dir gesagt hat, dass du dich waschen und rein werden sollst. Naaman, mit verletzendem Stolz, aber immer noch Hoffnung, entschied sich, den Anweisungen des Propheten zu folgen. Er stieg in die Wasser des Jordan, denselben Fluss, den Jahrhunderte zuvor Joshua und die Israeliten trockenen Fußes durch Gottes Eingreifen überquert hatten. Er tauchte einmal unter und nichts geschah, zweimal, dreimal immer noch nichts. Aber er setzte fort, jede Anweisung des Propheten befolgend. Als er das Wasser zum siebten Mal verließ, geschah etwas Wunderbares. Seine Haut, die zuvor von Lepra entstellt war, war nun sauber und wiederhergestellt, wie die Haut eines Kindes. Naaman war geheilt, nicht nur physisch, sondern auch spirituell. Die Demut und der Gehorsam, die er gezeigt hatte, öffneten sein Herz für den Glauben an den Gott Israels. Naaman kehrte zu Elisas Haus zurück, diesmal nicht mit Geschenken, sondern mit einem verwandelten und dankbaren Herzen. Jetzt weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel, erklärte er und wollte Elisa Geschenke als Dank anbieten. Doch Elisa lehnte ab und zeigte damit, dass Gottes Gnade nicht käuflich ist. Naaman bat daraufhin, um eine Portion Erde aus Israel, um sie mitzunehmen, als Zeichen seines Versprechens nur den Gott Israels in seiner Heimat zu verehren. Er bat auch um Vergebung im Voraus, weil er den König in heidnische Rituale begleiten musste, denen er nun ablehnte. Dieses Wunder am Jordan war mehr als eine körperliche Heilung. Es war eine Lektion in Demut, Glauben und der Universalität von Gottes Liebe. Das Wasser des Jordan, scheinbar gewöhnlich, wurde zum Träger der göttlichen Gnade, die das Leben eines fremden Kommandanten verwandelte, und zeigte, dass Gottes Macht alle Grenzen und Vorurteile überwindet. Es war auch der Ort der Taufe Jesu. Stellen Sie sich eine friedliche Szene vor, in der die Wasser des Jordan sanft fließen, umgeben von dichter grüner Vegetation. Johannes der Täufer, ein Mann mit strenger Erscheinung und mächtiger Stimme, predigte die Umkehr und das Kommen des Reiches Gottes. Er trug Kleidung aus Kamelhaaren und ernährte sich einfach. Von Heuschrecken und wildem Honig. Menschenmengen kamen aus ganz Judäa und Jerusalem, um ihn zu hören und von ihm im Jordan getauft zu werden, ihre Sünden zu bekennen und einen Neuanfang zu suchen. Eines Tages erschien inmitten dieser Menge Jesus. Er fiel nicht durch sein Äußeres auf, doch seine Präsenz strahlte einen Frieden und eine Autorität aus, die die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich zog. Als er sich Johannes näherte, bat Jesus um die Taufe. Johannes, der die Heiligkeit Jesu erkannte, versuchte abzulehnen und sagte, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Aber Jesus antwortete mit einer Ruhe und Bestimmtheit, die keinen Zweifel an seiner Mission ließ. Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Johannes gab nach und führte Jesus mit einem demütigen und ehrfürchtigen Herzen zum Jordan. Der Moment war von unbeschreiblicher Feierlichkeit. Als Johannes Jesus in das Wasser tauchte, herrschte tiefes Schweigen in der Menge. Das Wasser umhüllte Jesus, den Sohn Gottes, in einem Akt der Demut und des Gehorsams, symbolisierend seine Identifikation mit der Menschheit und die Annahme seiner erlösenden Mission. Als Jesus aus dem Wasser auftauchte, geschah etwas Außergewöhnliches. Der Himmel öffnete sich und der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf Jesus herab, schwebend über ihm. Und dann ertönte eine mächtige und liebevolle Stimme aus dem Himmel, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieses Ereignis war nicht nur eine einfache Taufe, es war eine göttliche Bestätigung der Identität und Mission Jesu. Der Heilige Geist, der auf ihn herabkam, symbolisierte die Macht und Gegenwart Gottes, die Jesus in seinem Dienst leiten würde. Die Stimme des himmlischen Vaters verkündete die Liebe und Freude Gottes an seinem Sohn und kennzeichnete Jesus als den verheißenen Messias. Die Wasser des Jordan, die Jesus an diesem Tag berührten, wurden zu einem ewigen Symbol der Wiedergeburt und Hoffnung für Christen auf der ganzen Welt. Sie stehen für die Reinigung von Sünden, die spirituelle Erneuerung und das Versprechen eines neuen Lebens in Christus. Für viele ist der Besuch dieses heiligen Ortes und die Taufe im selben Wasser ein Moment tiefer spiritueller Verbindung und Erneuerung des Glaubens. Viele Jahre lang war das Gebiet um den Jordan, wo man glaubt, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, eine militärische Sperrzone voller versteckter Gefahren. Die natürliche Schönheit und die spirituelle Bedeutung des Ortes waren von einem Schleier aus Angst und Gefahr verdeckt, verursacht durch Landminen, die nach militärischen Konflikten in der Region zurückgelassen wurden. Dieses Gebiet, das ein Ort des Friedens und der Reflexion sein sollte, war für Pilger und Besucher unzugänglich und verboten. Stellen Sie sich ein weites Gelände vor, übersät mit Warnschildern in Hebräisch, Arabisch und Englisch. Diese Schilder waren eine ständige Erinnerung an die Gefahren, die unter der Oberfläche lauerten. Das Land, durchzogen von Zäunen und Stacheldraht, schien weit entfernt von seinem ursprünglichen Zweck zu sein, ein spiritueller und historischer Zufluchtsort zu sein. Doch in jüngster Zeit begann etwas Außergewöhnliches zu geschehen. Israel erkannte die Bedeutung dieses heiligen Ortes und startete ein monumentales Unterfangen, um die Landminen zu entfernen und die Sicherheit und Zugänglichkeit des Gebiets wiederherzustellen. Experten für Minenräumung, ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie und einem tiefen Sinn für Mission begannen sorgfältig zu arbeiten, jede Mine präzise und behutsam zu entschärfen. Der Prozess der Minenräumung war nicht einfach. Jeder Schritt beinhaltete kalkulierte Risiken. Und die Geduld und Entschlossenheit der Arbeiter wurden in jedem Moment auf die Probe gestellt. Sie wussten, dass sie nicht nur ein Minenfeld räumten, sondern auch einen Weg für die spirituelle Wiederverbindung von Millionen von Menschen öffneten. Jede entfernte Mine war ein Sieg, ein kleiner, aber bedeutsamer Fortschritt auf dem Weg zur Wiederherstellung des Friedens und der Heiligkeit des Ortes. Als die Minen entfernt wurden und die Gebiete als sicher erklärt wurden, entstand ein neues Gefühl der Hoffnung. Die Zäune wurden allmählich abgebaut und die Vegetation begann wieder zu blühen, als würde die Natur die Rückgewinnung des Landes feiern. Heute können wir sicher durch diese Ländereien gehen und die historischen und spirituellen Momente, die hier stattfanden, wieder erleben. Wenn man durch diese Ländereien wandert, kann man die historische und spirituelle Tiefe des Ortes spüren. Die Warnschilder, die einst ein Symbol der Gefahr waren, dienen nun als Erinnerungen an die überwundenen Herausforderungen, um diesen Ort wieder zugänglich zu machen. Sie bleiben als stille Denkmäler der Hingabe und des Einsatzes, die notwendig waren, um dieses heilige Erbe zu bewahren. Pilger und Besucher aus aller Welt können sich jetzt an den Ufern des Jordan versammeln, wo Geschichte und Glaube aufeinandertreffen. Hier fließen die Wasser, die einst Jesus berührten, weiter und bringen spirituelle Erneuerung für alle, die den Ort besuchen. Der enorme Aufwand der Minenräumung hat nicht nur das Land, sondern auch die Erfahrung aller, die nach Inspiration und Verbindung mit der heiligen Vergangenheit suchen, verändert. Als das Volk Israel den Jordan überquerte, tauschte es mehr als nur die Wüste gegen das gelobte Land. Sie überquerten eine Grenze, die den Beginn einer neuen Ära in ihrer Beziehung zu Gott markierte. Dieser Akt des Glaubens und Gehorsams war ein spirituelles Zeichen, das den einfachen physischen Akt des Überquerens eines Flusses überstieg. Der Jordan mit seinen fließenden Gewässern und seinem ruhigen Verlauf wurde zum Symbol für Gottes Treue, seine Versprechen zu erfüllen und ein neues Kapitel in der Geschichte seines Volkes zu beginnen. Nach 40 Jahren des Umherirrens in der Wüste erreichten die Israeliten endlich das Ufer des Jordan. Es war ein Moment der Hoffnung und Erwartung. Die Wüste, die Schauplatz ihrer schwierigen und herausfordernden Reise gewesen war, machte nun Platz für das gelobte Land, ein Land der Fülle und des Segens. Der Jordan, der die letzte Barriere zwischen ihnen und dem gelobten Land zu sein schien, stand kurz davor, ein Wunder zu erleben, das Gottes Treue bestätigen würde. Für die Israeliten war die Überquerung des Jordan ein Akt des Glaubens. Sie folgten den Anweisungen Gottes in dem Wissen, dass er bei ihnen war und seine Versprechen erfüllte. Dieses Ereignis markierte einen bedeutenden spirituellen Übergang vom Nomadenleben und den Schwierigkeiten in der Wüste hin zu einer neuen Ära der Stabilität und des Wohlstands im gelobten Land. Es war eine sichtbare Manifestation der Gegenwart und Hilfe Gottes, die zeigte, dass seine Versprechen wahr und sicher waren. Die Symbolik des Jordan endet nicht mit der Überquerung durch die Israeliten. Heute öffnen uns die Wasser des Jordan weiterhin geistliche Wege. So wie Gott sein Volk beim Überqueren des Jordan führte und beschützte, führt und öffnet er auch für uns in unserem geistlichen Leben Wege. Die Wasser des Jordan werden zum Symbol der Erneuerung und Transformation, eine ständige Erinnerung daran, dass Gott treu zu seinen Versprechen steht und dass wir mit Glauben und Gehorsam Hindernisse überwinden und in neue Kapitel unseres Lebens eintreten können. Wenn wir auf den Jordan blicken und über seine historische und spirituelle Bedeutung nachdenken, werden wir an die Bedeutung von Glauben und Gehorsam erinnert. Der Jordan lehrt uns, dass selbst angesichts großer Herausforderungen immer ein Weg offen ist, wenn wir der göttlichen Führung folgen. Er ermutigt uns, Gott zu vertrauen und daran zu glauben, dass er, wie er es in der Vergangenheit getan hat, auch weiterhin seine Versprechen in unserem Leben erfüllen wird. Und so schließen wir unsere Reise durch das Wunder am Jordan ab. Ich hoffe, diese Geschichte hat ihr Herz berührt und ihren Glauben erneuert. Der Jordan ist nicht nur ein historisches Wahrzeichen, sondern ein fortwährendes Symbol spiritueller Transformation. Wenn wir über die Überquerung der Israeliten nachdenken und den Einfluss, den sie auf ihre Glaubensreise hatte, sind wir inspiriert, eine tiefere Beziehung zu Gott in unserem eigenen Leben zu suchen. Denken Sie daran, die Wasser des Jordan sind mehr als ein Zeugnis der Vergangenheit. Sie sind eine fortwährende Quelle der Inspiration und spirituellen Transformation. So wie der Jordan den Weg für das Volk Israel öffnete, öffnet er weiterhin Wege in unserem geistlichen Leben und zeigt, dass wir mit Glauben und Gehorsam jede Barriere überwinden und die Erfüllung göttlicher Versprechen erfahren können. Möge die Geschichte des Jordan sie dazu inspirieren, mit Mut und Hoffnung voranzuschreiten, Gott zu vertrauen, dass er ihre Schritte leitet und seine Absichten in ihrem Leben erfüllt. Mögen die Wasser des Jordan eine ständige Erinnerung an Gottes Treue und die Transformation sein, die er in uns allen bewirken kann. Lass uns beten, lieber Gott, in diesem Moment neige ich mich vor dir mit einem offenen Herzen und einem Geist voller Hoffnung. Du kennst die Kämpfe, denen ich täglich begegne, die Schwierigkeiten, die unüberwindbar erscheinen und die Herausforderungen, die meine Stärke und meinen Glauben auf die Probe stellen. Herr, ich bitte dich, mir eine Fülle deiner Kraft und deinen Mut zu gewähren, um jedem Hindernis, das sich mir in den Weg stellt, zu begegnen. Inmitten der Kämpfe und Prüfungen ist es leicht, den Glauben zu verlieren und entmutigt zu sein. Aber du, oh Herr, bist mein Fels und meine Festung. Ich flehe dich an, deine Stärke über mich auszugießen, damit ich standhaft bleiben kann, auch wenn ich mich schwach und müde fühle. Gib mir die Entschlossenheit durchzuhalten, selbst wenn der Weg lang und beschwerlich erscheint. Möge deine Gegenwart mich umgeben und mich daran erinnern, dass ich nie allein bin, denn du gehst jeden Schritt mit mir. Herr, hilf mir, jede Herausforderung als eine Gelegenheit zum Wachstum und Lernen zu sehen. Erfülle mein Herz mit der Inspiration, die von dir kommt, damit ich die Schwierigkeiten in Lebenslektionen und die Widrigkeiten in Sprungbretter für meine spirituelle und persönliche Entwicklung verwandeln kann. Möge ich Hoffnung und Ermutigung in deinen Lehren und den Verheißungen deines Wortes finden. Wenn die Dunkelheit sich zu nähern scheint und die Last der Sorgen unerträglich wird, erleuchte meinen Weg mit deinem göttlichen Licht. Lehre mich, deinem Plan zu vertrauen, auch wenn ich die Gründe für die Prüfungen nicht verstehe. Möge mein Glaube durch die Stürme gestärkt werden und möge ich immer daran erinnert werden, dass deine Gnade für mich ausreicht. Gib mir die Kraft, jeden Morgen mit erneuertem Mut aufzustehen, bereit, die Herausforderungen des Tages mit einem Geist der Dankbarkeit und Entschlossenheit zu meistern. Möge mein Herz mit Freude erfüllt sein, selbst in den Schwierigkeiten und möge ich ein Spiegel deiner Liebe und Hoffnung für die Menschen um mich herum sein. In deinem Namen vertraue und bitte ich Amen.